Tja, meine lieben, ja, nochmal herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unserer losen Serie über unkorrelierte Einkommensströme. Heute wollen wir uns mit etwas befassen, was jeder kennt, Lizenzgebühren. Also, wenn man das ja dann ins Kino geht und Kinder quengeln einen voll, dass sie unbedingt jetzt hier diesen Marvel-Becher haben wollen oder diese Küst-den-Frosch-Figur, das sind ja diese ganzen Lizenzgebühren-Geschichten, die wir alle kennen und lieben hier überall. Also bei jeder Fußball-Weltmeisterschaft haben wir das ja auch. Und Anton hat heute für uns ein ganz nettes Paket hier zusammengestellt. Erstmal natürlich ganz kurz, was haben wir heute vor? Wir wollen die Funktionsweise erklären, wo es überhaupt herkommt. Und dann stellt Anton uns einfach vor, welche verschiedenen Arten von Lizenzgebühren es gibt. Dann interessiert mich natürlich auch ganz doll, Anton, wieso ist das überhaupt unkorreliert? Ich meine, eine Firma, der es schlecht geht, kann ja auch keine Lizenzgebühren bezahlen oder erwirtschaften. Und dann hast du hier jetzt schon in unserer Vorbereitung auf diesen Call hier schon mal drei Stück mitgebracht. Drei verschiedene Unternehmen, die wir dann auch alle kennenlernen werden. Und ja, ganz zum Schluss natürlich wieder das ganze Pragmatische. Wo kann man sie überhaupt kaufen, die Produkte? Und ganz wichtig, wie viel Prozentgill wären wir ihnen in unserem Depot? Also erstmal, Anton, vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Und ich bin wirklich gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Ja, ich erst. Moin Albert, freut mich, dass es geklappt hat. Ja, du hattest es schon angeteasert. Heute geht es mal in die Richtung Royalties und damit geht es wieder in Richtung Barerträge. Mit den Trendfolgern hatten wir primär ein Thema mit Fokus auf kurstechnische Unkorreliertheit. Heute geht es um kurstechnische Unkorreliertheit, nur ganz am Rande, primär wieder um die innere Rentabilität. Und davon abgeleitet dann wieder die Cashflows. Und diese Cashflows sollen kurreliert sein. Und ob das Royalties bieten, das sehen wir uns heute mal im Detail an. Genau. Aber vielleicht zum Start vielleicht erstmal, was ist überhaupt eine Royalty in Abgrenzung zu anderen Instrumenten? Ist das überhaupt was Eigenes oder ist das nur so ein Begriff, der manchmal so in den Raum geworfen wird? Ja, es ist ein eigenständiges Instrument, die Royalty. Das ist gleichberechtigt wie eine Aktie oder wie eine Anleihe. Es steht zwischen Aktie und Anleihe in der Kapitalstruktur. Es ist also eine Form der Mezzanine-Instrumente. Zu denen gehören auch Wandelanleihen und zu denen gehören auch Preferred Shares. Und eines dieser Mezzanine-Zwischen-Kapital-Instrumente sind eben auch die Royalties. Und die große Besonderheit bei Royalties ist, dass anders als bei Aktien diese nicht eine gewinnabhängige Vergütung erhalten, sondern umsatzabhängig. Und anders als bei den klassischen Anleihen, bei den klassischen Fremdkapital-Instrumenten sind die Vergütungen hier eben zwar obligatorisch, also solange Umsätze fließen, besteht die Pflicht zur Bedienung der Royalty. Das ist das Gleiche. Aber wir haben es nicht wie bei der Anleihe, dass im Falle einer schlechten Geschäftsentwicklung das ganze Unternehmen aufgezerrt wird, um die Gläubiger zu bedienen. Die Anleihengläubiger, die veräußern ja zur Not jedes Asset, um noch irgendwie ihre Zinsen und Tilgungen zu bekommen. Das ist bei den Royalties nicht so. Also wir brauchen keinen Gewinn bei den Beteiligungsarten, aber die Umsätze müssen schon fließen und es muss ein langfristig positives Geschehen zu erwarten sein. Es braucht nicht immer positiven Cashflow bei den Beteiligungen aus Sicht der Gewinne, aber langfristig muss das schon funktionieren. Das ist jetzt erstmal die grobe Einordnung und um es ein bisschen plastischer zu machen, eine Spotify, die muss keine Dividende zahlen an Aktionäre, was sie auch meines Wissens nicht machen. Aber sie müssen Royalties zahlen für die Rechte, für die Songrechte. Das ist obligatorisch, das müssen sie machen. Und der entsprechende Rechteinhaber, wenn das ein Fonds ist, der muss diese Royalty-Einnahmen dann auch an die Investoren weiterleiten. Das ist ein kurzer Abriss, Albert. Und wenn du da jetzt nichts direkt einzuwerfen hast, würde ich auch mal ganz kurz noch erklären, woher die eigentlich kommen. Ja genau, wir brauchen mal ein paar praktische Beispiele mit Spotify. Hattest du das schon angesprochen. Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Was wird da eigentlich vermietet? Also eigentlich geht es doch um geistiges Eigentum. Oder es ist ja nicht wie bei einer Immobilie, wo du was Physisches hast, sondern eher so Lizenzen oder so. Ja, was Physisches ist es tatsächlich nicht. Das ist immer, letzten Endes, die Royalty ist letzten Endes immer ein Vertragsinstrument. Es wird irgendwann mal Kapital zur Verfügung gestellt für diverse Projekte. Das sehen wir uns gleich noch an. Und dann wird vertraglich festgelegt, dass man beispielsweise im Gegenzug für die Kapitalbereitstellung immer x Prozent der zukünftigen Umsätze erhält. Kann man ganz verschieden ausgestalten. Je offensiver das Projekt ist oder je offensiver die Beteiligung ist, desto höher ist dann in der Regel auch der, hoffentlich und in der Regel dann auch der Royalty-Coupon, also das Verhältnis aus Royalty-Satz prozentual und eingesetztem Kapitalstock. Aber nochmal ganz kurz zum historischen Hintergrund. Wie kam es überhaupt dazu? Also der Kredit, der klassische Anleihenkredit, das ist denke ich einleuchtend. Und woher die Aktie kommt, ist auch einleuchtend. Woher kommen die Royalties? Die stammen tatsächlich aus dem Vereinigten Königreich. Und das hatte den Hintergrund, dass die Royals immer ihre Hände auf den Edelmetallminen hatten im gesamten Reich. Also es waren ja Großgrundbesitzer und sie hatten auch ihre Hände auf den Edelmetallbeständen. Klar, wenn man die Macht hat, dann sichert man sich das vermeintlich ganz besonders Wertvolle. Da jetzt die Königsfamilie selbst natürlich diese Schätze nicht mit eigener Händearbeit schürfen kann, hat man sich Royalties zahlen lassen für die Schürfung, für die Hebung dieser Bodenschätze. Dann ging immer ein prozentualer Beteiligungssatz, umsatzabhängig, nicht gewinnabhängig, ob die Minen da Geld verdient haben. Es war den Royals völlig egal. Es gab immer eine prozentuale Beteiligung für die Royals. Und daher kommt der Begriff Royalty und die Royalties mit I, E, S. Das sind dann die Zahlungsströme. Royalty und Royalties. Jetzt können wir uns doch gerne mal, Albert, die unterschiedlichen Arten der Royalty-Beteiligungen ansehen. Das ist jetzt keine Grafik, die wir jetzt hier einblenden, die irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Es gibt extrem viele Bereiche, aber die fünf wichtigsten haben wir jetzt hier mal zusammengefasst. Das ist zum einen der Bereich der Marken. Es gibt ganz verschiedene Ausprägungen von Marken-Royalties. Die bekanntesten kennt man eigentlich. Das sind sogar solche Sachen wie Coca-Cola oder Burger King. Das sind letzten Endes auch nur rechte Inhaber. Lassen andere Unternehmen die Arbeit machen und kassieren dann einen prozentualen Royalty-Satz, eine Beteiligung. Coca-Cola ist kein lupenreines Beispiel für so eine Royalty-Holding, weil sie eben auch ein operatives Geschäft haben. Sie stellen auch den Sirup her. Auch Burger King betreibt einige eigene Häuser. Aber so von der Grundidee geht das schon in Richtung Marken-Royalties. Heißt, man besitzt Namensrechte, Logos, Jingles und so weiter. Und immer wenn die beispielsweise Franchise-Nehmer das Ganze nutzen, weil sich das für sie ja lohnt, mit solchen bekannten Marken aufzutreten oder auch weniger bekannten Marken, immer wenn das genutzt wird, fließt Geld an den Rechteinhaber, in dem Fall den Inhaber der Markenrechte. Okay, also so wie zum Beispiel, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, also wenn jetzt Fußball-Weltmeisterschaft ist und du dann beim Revo oder Edeka diese ganzen Sammelkärtchen kriegst, die dann von der FIFA oder vom DFB oder von was weiß ich wem lizenziert werden mit den Bildern der Fußballer, das wäre so ein Geschäft, wie man es dann auch kennt, was du gerade angesprochen hast, Marken. Genau, das ist so das Royalty-Geschäft. Irgendjemand hat die Rechte, das sind dann aber häufig Unternehmen, die haben Rechte und sind operativ tätig. Deswegen benutze ich die nicht so gerne als so Pure-Play-Beispiele, weil Disney, die haben ein riesiges Markengeschäft, haben aber auch ein operatives Geschäft. Kein schönes, lupenreines Beispiel, aber von der Grundidee stimmt das schon. Das ist das Royalty-Business, gibt es in diversen Ausformungen letzten Endes das Ganze. Ein anderer Fall, also wir können erst mal kurz noch sagen, warum es überhaupt dazu kommt, dass so eine Marken-Royalty entsteht. Das entsteht eben unter anderem auch dann, wenn bereits operativ tätige Unternehmen bestehen. Eine Franchise-Kette, oder nicht eine Franchise-Kette, sondern eine Schnell-Restaurant-Kette besteht beispielsweise. Inhaber führen die 20 Restaurants, man hat sich eine eigene Brand aufgebaut und man möchte expandieren. Eine Möglichkeit wäre es, diese eigene Marke, die man besitzt, abzuspalten, zu verkaufen an einen Investor. Dafür hat man ein Cash-Event, man kann expandieren, man kann sich auf das eigene Kerngeschäft konzentrieren, nämlich schnell Restaurants zu betreiben. Im Gegenzug muss man dann aber in der Zukunft den Rechteinhaber prozentual beteiligen. Das ist so eine Möglichkeit, wie so ein Pure-Play-Royalty-Markeninvestment zustande kommt. Eigentümer spalten ihre Markenrechte ab an einen Investor. Dann gibt es auch den Fall der Finanzierungen, der Royalty-Finanzierungen, dass zu Finanzierungszwecken die Royalties emittiert werden. Ein Unternehmen kann sich ja, wenn es eine neue Fabrik bauen möchte, überlegen, gebe ich neue Aktien aus, stark verwässernd, nehme ich Kredite auf oder begebe Anleihen, potenziell riskant, weil immer zu bedienen bis zur harten Liquidation der eigenen Assets, bis zur Insolvenz. Und eine andere Möglichkeit sind Wandelanleihen, sind Preferred Shares oder ist eben die Begebung einer Royalty. Sodass man sich entscheiden kann, ich sammle Gelder ein, dafür erhält der Royalty-Investor einen prozentualen Satz an den zukünftigen Umsätzen, nicht gewinnen. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile, muss man dann in einer entsprechenden Entscheidung abwägen. Aber es ist eine legitime Anlageklasse. Es ist natürlich nachrangig im Vergleich zu einem klassischen Kredit. Klar, gut für den Unternehmensbetreiber, weil nicht immer zu bedienen. Umgekehrt sind aber auch die Coupons höher als bei einer klassischen Anleihe. Deswegen sind dort auch die Zinsen niedriger. Also Royalty als Finanzierungsinstrument. Das ist so eine Art. Dann haben wir die berühmt-berüchtigten Musikrechte. Zumindest mittlerweile berühmt-berüchtigt gibt es auch drei börsennotierte Investmentvehikel. Die erwerben Kataloge von tausenden Songs und wenn sie bei Spotify laufen, bei Apple Music, im Radio, im Film verwendet werden. Auf dem Oktoberfest. Oder auf dem Oktoberfest. Da wird auch einiges in die Royalty-Kasse gespürt. Würde ich gerade sagen, ich meine. Okay, gut. Also wenn jetzt, was weiß ich, hier Galaxians of the Guardian wieder rauskommt mit seiner 80er-Mucke, da fließt dann auch wieder ordentlich Kohle in die jeweiligen Kataloge sozusagen und die Inhaber dieser Kataloge können das dann vereinnahmen, korrekt? Solange es legal verwendet wird. Naja, Guardians of the Galaxy hoffe ich. Schon, dass das nicht illegal ist. Naja, klar. Okay, das ist ja schon interessant. Genau, das ist so ein Fall von Royalty. Dann haben wir auch den Ur-Fall der Royalties, die Rohstoffe. Das gibt es im Fall der Minen, jeder Couleur. Das gibt es im Fall der Energie, der Ölfelder, der Gasfelder. Und das gibt es jetzt auch, also ich würde jetzt auch nochmal Wasser darunter zählen, in den großen Bereich Rohstoffe. Das wäre auch so ein Fall. Und das gibt es sogar im Fall der Wälder, dass man dann Rechte an Wäldern hat und man lässt sich von operativ tätigen Waldunternehmen dafür bezahlen, dass sie die eigenen Wälder abholzen. So was gibt es auch. Dann haben wir noch den fünften großen Bereich. Das ist der Bereich der Medikamente. Das ist ja auch logisch, es besteht ein relativ großer Finanzierungsbereich im Bedarf, in der Medizinbranche, im Gesundheitssektor. Und das sind dann häufig Investments an bereits marktfähigen Medikamenten. Dann verkauft sowas wie eine Bristol-Myers Script eben ihre Umsatzrechte an einen Investor, hat dadurch ein Cash-Event. Bristol-Myers Script kann sich wieder aufs Kerngeschäft konzentrieren. Kerngeschäft von solchen Pharmaunternehmen ist ja in der Regel nicht, ein cooles Royalty-Portfolio aufzubauen, sondern in interessante Gesundheitsventures zu investieren, diese zu entdecken, das zu investieren, das Herstellen des Ganzen und das in die Sachen zu investieren und sich ein Portfolio aufzubauen, das ist häufig gar nicht deren Kern-Business. Deswegen geben sie das gerne an Investoren weiter und konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenz. Das sind jetzt erstmal die großen Royalty-Arten. Okay, gut. Das kann ich auch verstehen. Ich meine, wenn du wirklich diese fünf Dinger da hast, da findest du ja für jeden Zweck was. Und das kann ich auch schon verstehen, dass das dann auch durchaus eben unkorreliert ist. Vor allem, wenn du ja sagst, die Bezugsgröße ist ja scheinbar immer der Umsatz und eben nicht der Gewinn. Also solange es noch Umsätze gibt, müssen eben auch diese Lizenzgebühren eben gezahlt werden. Habe ich das richtig verstanden? Genau das ist der Punkt, Albert. Genau darin liegt die Unkorreliertheit in dem Fakt, dass es nicht um den Gewinn geht, sondern um die Umsätze. Und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon beim spannenden Punkt, worin besteht die Unkorreliertheit, worin vielleicht auch nicht. Genau diese umsatzabhängigen Beteiligungen, das ist strukturell das Unkorrelierte. Dann gibt es natürlich aber auch, jetzt mal unabhängig von diesen Umsätzen, gibt es natürlich auch diverse Bereiche, die mit Royalties erschlossen werden können, die als Branche schon mal unkorreliert sind. Jetzt mal unabhängig von Royalties, ist der Bereich Musik schon mal relativ unkorreliert. Der Bereich Wasserrechte ist schon mal relativ unkorreliert. Und Rohstoffe und Edelmetalle haben eine eigene Zyklik. Wasserrechte haben eine eigene Zyklik. Medikamente haben eine starke Resilienz in puncto Konjunktur. Also die Bereiche sind häufig schon mal an sich unkorreliert bis negativ korreliert. Und dazu kommt dann eben dieses Strukturelle, dass es bei den Royalties, bei den Royalty-Beteiligungen, nicht um den Gewinn geht. Und jetzt können wir uns ganz gern auch mal ansehen, wie sowas aussehen. Ja, eine ominöse Grafik da. Ich habe mal hier zwei Grafiken mitgebracht. Und wir sagen jetzt mal nicht, dass wir jetzt im Bereich der Musikrechte sind oder im Bereich der Wasserrechte. Das sehen wir noch dann nachher. Das sind sowieso unkorrelierte Bereiche. Das hat aber noch gar nicht so viel mit den Royalties an sich zu tun, mit diesem Vorteil der Umsatzabhängigkeit. Den Vorteil der Umsatzabhängigkeit, den merkt man vor allem dann, wenn man beispielsweise im Bereich der Markenrechte aktiv ist oder im Bereich der Finanzierungsroyalties. Weil da kann man ja relativ gut vergleichen, wie wäre es, wenn ich Aktieninvestor bin oder wie wäre es, wenn ich der Royalty-Investor bin. Und dafür habe ich jetzt mal, um das auch mal grafisch zu zeigen, worin die strukturellen Unkorreliertheitsvorteile liegen, dafür habe ich jetzt mal diese zwei Grafiken mitgebracht. Was sehen wir denn jetzt auf der linken da, wo diese rote, diese Dreiecksgrafik sozusagen, die habe ich noch nicht so ganz verstanden, wenn du die noch mal erläutern könntest. Ja, wir sehen hier grundsätzlich die Ertragsentwicklung, einmal Vergleich Aktie und Royalty bei der Annahme sinkender Umsätze. Eine weitere Annahme ist, also wir haben dasselbe Unternehmen, wir sprechen, sag ich mal, von einer BMW. Wir sprechen mal von einer BMW. Unter der Annahme sinkender Umsätze, Ceteris Paribus, wir gehen auch davon aus, dass BMW nicht darauf reagiert, dass die Umsätze zurückgehen. Das ist natürlich eine praxisferne Annahme, aber es verdeutlicht hier mal den schönen Charakterunterschied zwischen Aktienbeteiligung und Royalty-Beteiligung am selben Unternehmen. Angenommen, das Unternehmen reagiert nicht auf Umsatzrückgänge, was manchmal nicht möglich ist, manchmal kann man besser darauf reagieren. Und wir unterstellen mal 20% Gewinnmarge beim Unternehmen, bei BMW. Das führt dazu, wir haben hier in den Grafiken auf der Y-Achse, ich sag schon Achse, haben wir die Gewinnentwicklung angefangen bei 100%. Uben geht dann links bis minus 100% des ursprünglichen Gewinns. Und auf der X-Achse sehen wir die prozentuale Umsatzentwicklung heute mal rein ins Negative. Das ist im Positiven, ist das dann auch wieder spannend, weil wenn der Kostenblock bei der klassischen Aktie gleich bleibt, bei 20% Marge, und man schafft es den Umsatz um 20% zu steigern, dann hat man den Gewinn verdoppelt als Aktieninvestor. Das wäre bei der Royalty dann nicht so. Dann hätte man nicht den Umsatz verdoppelt, sondern bei der Royalty hätte man nur 20% mehr. Aber bei der negativen Umsatzentwicklung, da zeigt sich der schöne, unkorrelierte Charakter, der für uns in Krisenzeiten auch so wichtig ist, da sehen wir, dass bei 20% Gewinnmarge bei BMW Stück für Stück sehr schnell der Gewinn abschmilzt. Bei minus 20% Umsatzentwicklung macht man keinen Gewinn mehr. Das geht sehr schnell runter auf 75%, 50%, 25% des ursprünglichen Gewinns. Dann macht man bei minus 20% Umsatzentwicklung schon gar keinen Gewinn mehr. Und bei 25% Umsatzrückgang ist man im Verlust. Und dann geht das immer so weiter mit herben Verlusten, wenn es weiter zurückgeht. Jetzt mal rein aus Sicht der Gewinnentwicklung. Da ist von Dividenden noch gar nicht gesprochen. Und dann haben wir auf der rechten Seite mal den Vergleich, wenn wir mal eine BMW Royalty hätten. Gleiches Unternehmen, aber statt der Aktie eben die Royalty-Beteiligung. Und da sehen wir, dass man bei dem gleichen Umsatzrückgang, also auch wieder die X-Achse von 0% bis minus 35% Umsatz, sehen wir, dass man immer im grünen Bereich ist. Wir machen immer einen positiven Cashflow mit den Royalties, weil es ja keinen, gibt ja keinen Kostenblock, der gedeckt werden muss. Ein Royalty-Vehikel hat fast keine Kosten, heißt der gesamte Cashflow, der erwirtschaftet wird, der ist positiver Cashflow. Und solange Umsätze fließen, muss eben vertraglich festgelegt das Geld gezahlt werden. Heißt, solange man einen Umsatz macht, fließt Geld. Bei 0 Euro Umsatz ist natürlich auch der Royalty, sind natürlich auch die Royalty-Einnahmen dann bei 0. Aber jedes Royalty-Einkommen gibt es nicht. Da hätte ich nochmal eine Frage, weil du hattest ja vorhin gesagt, dass eben wir davon ausgehen, dass die Firma jetzt bei sinkenden Umsätzen nichts anändert, sondern immer brav jetzt sozusagen ihre Lizenzgebühren, ihre Royalties weiter bezahlt. Wie ist das denn in der Praxis? Wird da nicht auch versucht zu sagen, wir setzen jetzt mal so für die Firmen, ist ja praktisch dieses Bezahlen dieser Lizenzgebühren ein erheblicher Kostenblock. Also dass wir nur sagen, wir zahlen jetzt weniger oder wir zahlen jetzt mal ein Jahr nicht und dann zahlen wir nach sozusagen, also Stündung oder sowas. Oder sind die, wie soll ich sagen, wie in der Ranking, wie hoch sind die priorisiert, diese Zahlungsströme jetzt eben der Lizenzgebühren im Vergleich zu anderen Geschichten? Weil, wenn ich jetzt der CEO von BMW wäre, würde ich natürlich auch versuchen, eben diese Zahlungen, die ich ja erwirtschaften muss, für mich ist das ja ein Kostenblock, die zu drücken halt. Wie sieht es da in der Praxis einfach aus? Weil ich kann dir ja auch nicht, also als Royalty-Mensch, kannst du dir auch nicht am Herzen liegen, dass die Firma komplett ausblutet und du willst ja langfristig sozusagen was verdienen. Ja, also diese Zahlungen an sich, die sind erstmal hochgradig priorisiert, auch wenn wir es mit einem Metanine-Instrument zu tun haben. Also im Insolvenzfall ist man nachrangig zur Anleihe, vorrangig zum Aktieninvestor. Gut. Was die Cashflows angeht, was die Royalty-Zahlungen angeht, ist man aber hochgradig, vorrangig. Das kommt dann auf die Ausgestaltung an, wie man im Vergleich zu Zinsen auf Anleihen ist. Steuerzahlungen sind in der Regel Senior, Senior, Senior. Und danach sind die anderen erstrangigen. Aber die Zahlungen sind hochgradig zu bedienen. Das ist eine vertragliche Vereinbarung. Klar, wenn ein Unternehmen völlig den Dach runtergeht, dann wird man natürlich das eventuell nochmal neu verhandeln müssen, renegotiaten. Aber die Grafik soll ja erstmal nur zeigen, dass in Phasen, wo mal eine unerwartet schlechte Entwicklung kommt, Corona-Crash, Umsatzrückgang, dass diese Phase, dieser Einschnitt einen deutlich niedrigeren Impact hat auf den Royalty-Investor als auf den Aktieninvestor. Und während der Aktionär vielleicht mal ein Jahr oder zwei Jahre lang einen negativen Gewinn hat, das überlebt eine Firma, aber erstmal keine Dividende zwei Jahre lang, solange man nicht aus der Substanz ausschüttet, während der Aktionär zwei Jahre lang daran glauben muss, ist man als Royalty-Investor, ja, da macht man eben nicht mehr 100% des Royalty-Cashflows, aber immer noch 80%, während der Aktionär schon gar keine Dividende mehr erhält. Klar, in der Praxis beginnen die Unternehmen dann mit Kostenkürzungen. Das ist klar. Aber der Effekt, der bleibt trotzdem derselbe. Der schwächt sich in der Praxis durch Gegensteuerungen ein bisschen ab. Der ist dann nicht ganz so extrem, wie hier dargestellt. Aber gut, manche Unternehmen, die können überhaupt nicht gegensteuern, wenn Personal der größte Kostenblock ist und man in einem Land lebt, wo man keine Leute entlassen kann. Da wird es auch Unternehmen geben, die können gar nicht gegensteuern. Aber ich denke, das hat erstmal schön verdeutlicht, dass auch mal in so einem Negativ-Impact-Event man doch relativ resilient gegenüber negativen Geschäftsentwicklungen ist. Gut, also damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Schritt. Also wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe, ist es ja so, im Gegensatz zur Aktie habe ich auch nicht die Upside, aber dafür bin ich halt auch in der Downside geschützt. Also ich habe einfach einen viel regelmäßigeren, was die Volatilität angeht, Cashflow. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, in welchen Regimes sozusagen prosperieren solche Firmen? Klar, wenn es den Unternehmen gut geht, aber wo gibt es denn Probleme sozusagen? Also bei welchen wirtschaftlichen Szenarien tun sich eben diese ganzen Lizenzgebühren-Zahler dann doch schwer? Hast du da irgendwas mitgebracht? Ja, ich würde immer unterscheiden zwischen den Zahlern und den Vehikeln. Das ist ja was anderes. Klar, die eigentlichen Zahlern, die tun sich natürlich schwer. Es wird schwerer für die, wenn es in der Wirtschaft kriselt. Für die Vehikel und die Investoren muss es gar nicht eine schwierige Zeit sein. Da muss man schon mal unterscheiden. Und rein grundsätzlich, was so aus Sicht der inneren Rentabilität gute Zeiten sind, das sind Zeiten hoher Inflation. Hohe Inflationszeiten sind in der Regel Zeiten hoher Umsätze. Direkt positiver Impact. Eins zu eins in der Regel für die Royalty-Investoren. Es gibt manchmal gewisse Grenzen, dass man nur bis 6% Anstieg partizipiert. Das gibt es. Das sind dann Ausgestaltungen. Aber die grundsätzliche Tendenz hoher Inflation ist dann auch hoher Royalty-Zusatzstrom. Das ist gut. Allgemein ist das... Der gesetzte Fall, wenn ich unterbrechen darf, die Firmen können ihre Preise eben auch erhöhen. Das ist natürlich dann die Voraussetzung, dass die Marktmacht jetzt da ist, dass man eben seine Preise erhöhen kann. Weil sonst habe ich ja keine erhöhten Umsätze sozusagen, die ich dann noch verteilen kann, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Das ist die Einzelfallbetrachtung. Wenn man über die Royalties als Ganzes spricht, dann sind die ja der Markt und der erhöht eben im Schnitt die Preise in inflationären Szenarien. Sonst geht es ja diese Inflation nicht. Also im Ganzen guter Inflationsschutz im Einzelfall absolut unklar, wie so oft. Also inflationäre Szenarien sind durchaus positiv zu werten. Ein positives wirtschaftliches Umfeld ist auch gut, weil dann die Umsatzentwicklung in der Regel stabil ist, positiv ist. Man zeigt aber auch relative Stärke in schlechten Zeiten, wo man eher, was eher nicht so gut ist, sind komplette Umsatzrückgänge. Aber gut, das ist eher abwegig, dass auf breiter Front alle Unternehmensumsätze wegbrechen. Das ist ein unrealistisches Szenario. Und wo man dann zumindest relativ betrachtet, schlecht performt, sind diese absoluten Boom-Szenarien, wo die Gewinne sich mal verdoppeln von Unternehmen, weil Umsätze bei 20% Marge, wenn dann mal die Umsätze um 20% steigen, macht man eben den doppelten Gewinn mal als Aktieninhaber, wohingegen der Anstieg als Royalty-Investor nur 20% ist. Also man ist nach oben gedeckelt, aber auch nach unten gedeckelt. In Summe für uns als kurrelierte Investoren aber sehr interessant. Genau, das ist gut. Und wie ist jetzt das Auszahlungsprofil? Ich vermute mal als Laie vollkommen regelmäßig. Jeden Monat gibt es was aufs Konto, oder? Ja, das ist auch nochmal ein Unterschied. Eigentlicher Royalty-Cashflow und dann die Ausschüttungen, weil das Instrument, mit dem man investiert, das hat dann häufig auch nochmal gewisse Stellschrauben bei den Ausschüttungen. Aber das Auszahlungsprofil ist im Großen und Ganzen sehr, sehr geglättet. Je nachdem, wenn es ein komplett unkorrelierter Markt ist, wie Musik oder Wasserrechte, dann sieht man auch bei den Ausschüttungen häufig keinen Gleichlauf mit den sonstigen Dividenden am Markt. Wenn wir über sowas sprechen wie Finanzierungsroyalties oder Markenroyalties, dann haben wir immer so eine leicht positive Korrelation. Also wenn die Dividenden im Shutdown crashen, das sehen wir dann nachher nochmal bei Diversified Royalty, wenn Dividenden im Schnitt so um 15% zurückgehen am Markt, gehen eben die Royalty-Cashflows um knapp 10% zurück. Also immer so eine abgeschwächte Entwicklung. Das sind die Cashflows. Also es ist ein hochgradig Cashflow-orientiertes Investmentvehikel, weil der komplette Ertrag ja aus den Cashflows kommt. Potenziell können die Royalties auch aufwerten. Kann natürlich sein. Marken können mehr wert werden. Aber an und für sich kommt der meiste Teil des Ertrags aus den Royalty-Vergütungen. Das ist die Cashflow-Seite. Und kurstechnisch sind sie manchmal unkorreliert, je nachdem, welcher Bereich das ist. Wahrscheinlich nach meiner Beobachtung abgeschwächt, positiv, korreliert. Vielleicht 0,7 aus Sicht der Kurse, der Koeffizient. Aber das wäre jetzt nicht das, warum ich sie kaufen würde, weil darauf kann man nicht bauen im Zweifel. Es sind börsennotierte Vehikel und die können halt auch abverkauft werden.